Hallo Leute! Willkommen zu diesem neuen Showfortschritt. Ich habe schon noch die Sendung weiter gebaut. Wir machen hier ein bisschen abbaus. Wir schütteln viel neue Sachen. Wir müssen jetzt hier unendlich eine Schwäche ohne richtige Waren. Es liegt bei mir, dass ich mir leider wieder schläge oder so, oder was man nicht mehr anhat. Und ich schläge mich an die Sendung. Wir können hier einfach als Spielleiter werden. Ich schläge mich an die Sendung. Wir können hier in der Sendung. Die Sendung, wir können hier in der Sendung die Sendung vornehmen. Wir können hier einfach starten. So lesen wir, die Sendung war. Wir können hier in der Sendung. Wir können hier in der Sendung. So, Sie haben die Sendung direkt im Klub. Wir müssen hier ein bisschen abholen. Und jetzt kommen wir auf das Schlechterkündnis-Vertäge. Jetzt sind wir da auf hier. Und hier ist die Dijunese-Band. Und jetzt müssen wir dann auch gleich eine Gäste nehmen, die Lüften an. Und jetzt müssen wir den Wachnitzel an die Wachschau. Wenn wir das auch auf dem Wachschau. Dann können wir jetzt mal erzählen, aber wir können mal feststellen, dass wir jetzt einfach eine Gäste auf dem Wachschau. Einmal einfach mal ein Zeug. Und dann kann man jetzt auch auf dem Wachschau. Dann ist die Wachschau. Start. Zurück. Wir sind jetzt los. 4 Sekunden. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 13. 11. 12. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. Ich würde hier noch zurückzuhalten, oder es wird besser werden. Hier oben. Ja, inzwischen sieht man schon die Bescheidung von mir aus. Hier ist es für die 2. Die EinstTION 2 2 3 3 4 3 5 4 5 1 2 1 Atmen, eins. Also, ein bisschen zu trocken drücken, weil ich jetzt sehen würde, dann hier. So. Und mehrmals. Zack. Zack. Wird auch immer auf Präsenz-Shop gesetzt, wenn ich das mache. Das ist Präsenz-Shop. Und jetzt sind wir wieder auf Nullstelle und drücke. Das wird nichts. Präsenz-Shop. Und das ist wohl ein paar Spieleleiter geworden. Deswegen wird es dann wieder ein paar Spieleleiter geworden bekommen. Das ist ein bisschen gut. Deshalb würde es das einfach so gemacht, dass... Nun, ich bleibe hier wieder raus. Und zwar nur, wenn man so drehen den Spieleleiter ist. Darf man das beim Spiele spielen? Und nur sitzen? Darf man das nicht schlafen? Also... Und dann kann man das nicht schlafen. Aber hier... Und dann kann ich auch da nicht schlafen. Hier... Immer noch. Dann kann ich das nicht verdingen, aber wenn ich es einfach mal... Und... Und... Jetzt kann ich mir erst mal mit Einsätze und drücke. Dann kann ich nicht gehen. Dann kann ich nicht gehen. Und so auch wenn ich nicht gehen kann. So. Dann soll ich jetzt einfach von oben aus. Wie sich jetzt mal mit Schöpfen entdeckt. Aber hier ist das Schöpfen. Und hier ist das Schöpfen. Und hier ist auch sehr graußer. Aber alle Spiele. Hier wird gewand gemacht. Hier sind die äußeren Bekannten. Und so... Dann soll ich... Dann ist groß. Dann muss... ... die äußeren Bekannten. Dann muss... ... das... ... die äußeren Bekannten. Fertig. So. Ich habe es schon mal gemacht. Wir werden die einzelnen Teams teleportiert zu ihren Vasen. Wir werden alle items getötet. Also es sind immer noch eins. Also wir werden die vierten und die nur die nächsten. Wir werden die zwei. Wir werden die zwei. Wir werden die zwei. Und hier sind die vierte. Über in die Kisten gesetzt. Also es wird einfach eine neue Kiste gesetzt. Wir werden die Decken geküren. Wenn wir das alles wieder genau wollen, dann können wir die Decken auch wieder aufschauen. Das ist einfach hier. Ich wollte ja immer noch. Das Decken ist deckt. Dann ist das Block. Und zwar in der chest. In der chest. In der chest. So wie man es macht. Als Null. Ich könnte jetzt wieder an die Kiste nehmen. Und dann kommen wir noch an die Kiste nehmen. Wie ist das? Wie ist das? Schade. Ich könnte es mit Anführungszeichen. Also hier. Hier noch Anführungszeichen. Wenn man da hinunter geht. Wäre die auch nicht. An der Kiste geht es auf jeden Fall. Es geht um die Ziel. Wäre die Kiste nehmen. Ja, wir können die Empower an die Kiste nehmen machen. Die Musik und die Musik und das Gute nehmen. И jetzt hier. Das Gute. Das Gute ist eben. Die Musik. Die Musik. Die Musik. Die Musik. Die Musik. Und dann auch noch ein Zeug. Dann kommen wir küsse die anderen und dann ist das eine sehr schöne und dann wird es auch eine sehr schöne Zeit für die Kaffee weiter verküssen. Ich kann jetzt nicht mit der Kinderschaft machen, sondern ich kann jetzt mit der Kinderschaft nicht mit der Kinderschaft sein. Ich könnte nicht mit der Kinderschaft sein, weil ich eine ganz spezielle für die Kaffee das sage, weil ich eine sehr gute Anliegen kann, dass ich mit dem Kaffee nicht für die Kaffee das nicht. Diese Ziele sind ein bisschen mit, und wir haben ja die Spieleilferbetten wirklich zählst. Also die Spielzeile und die Spielzeiten. Spielzeiten und die Spielzeiten. Jetzt ist es anders, wenn wir es wieder auf den Platz bekommen. Das war auch egal. Der Schildgang hat mit Steuerung und Ausfahrt zu bekommen. Der Schildgang hat mit der Schilderung. Jetzt geht es um die Kommandärchen hinterlassen. Da ist die Schilderung. Da ist die Schilderung. Spielzeiten und die Schilderung. Das ist die Schilderung. Das ist die Schilderung. In der Eierschule, wir haben die Spiele für Level 3. Das ist die Schilderung. Hier ist die Schilderung. Und dann ist die Schilderung. Dann ist der Game-World geändert. Da wird die Schilderung. Hier wird die Spieleiter. Das hat er links gemacht. Hier kann ich die Schilderung. Es gibt die Schilderung. Dann hat noch die Effekte. Da ist noch eine Schlauke. Das ist ein paar Schlöcher. Für das andere habe ich ein bisschen lange gesessen zu lernen, was irgendwie nicht funktionieren sollte. Und zwar ist mit dem... der Spielzeit ist genommen. Wir müssen jetzt das Momentar öffnen, dass man das einfach von einem Stash-Sport, Objektiv, als man das einfach nicht reißen soll. Wir müssen die Spielzeit immer ungefähr in den Archiven, wenn wir auch in den Tornen liegen. Und dann heißt es in Cetely auch hier, eure Alimentar-Refenseite. Was ist das? Ich bin in den Tornen. Das und... Und woher ist das? Ich denke, ob das hier ist, wird man nicht überlassen. Das ist es, wie ich nicht überrascht, woher ist ganz, wir haben hier sehr Kerlin. Das ist das philosophy, und dann ist es ein bisschen viel mit dem Gitarren die Stadt, von der Stadt, und das ist in der Stadt, dem ist unsere Al enforcementvernachrüst. Wir machen hier ganz schöpflot, und wir machen hier eine Unterrichtung. Wir kennen das schon, und dann ist es, und dann gibt es noch einen Eindringen, und wir haben jetzt auch noch einen Kapital, bei der Stadt, weil wir haben die Ausflucht und der Halsschule, Ausstrahl geworden, die es zu uns in die Gäste gibt, die wir hier verladen. Und der Mäntrücker, die wir hier drücken, zurückgehen, die wir hier drücken. Und dann auch noch mit dem Ende, dass die Gäste wegkommt. Dann haben wir noch einigen Jahr in den Wendor, dass die Gäste wegkommt. Und das ist auch an die Gäste, die wir hier sind. Und dann haben wir noch ein paar Wendor, dass die Gäste wegkommt. Dann haben wir noch ein paar Wendor, die wir hier sind. Wir haben die Gäste wegkommt, die wir hier sind. Und dann können wir die Gäste wegkommt. Wenn wir die Gäste wegkommt und dann können wir die Gäste wegkommt. So, ich lege, dass ihr ihr hier so seid. Also, ihr wollt hier ... Ich bin ihr habt es ihr habt, ihr habt es ihr habt. Und ihr habt es euch direkt. Und ihr habt es euch direkt einen Patrick'er. Ich hab euch gehört. Ich hab euch den Teufel von euch.